Wie geht es dir? Hallo Anna! Hallo John! Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Sehr gut. Wie ist das Praktikum? Super! Die Arbeit macht Spaß und mein Chef, Herr Jansen, ist sehr nett. Wie viele Praktikanten seid ihr? Wir sind fünf Praktikanten. Ein Engländer, ein Chinese, eine Spanierin, eine Französin und ich. Ich bin die einzige Deutsche. Und welche Sprache sprecht ihr unter euch? Deutsch oder Englisch? Deutsch und Englisch. Aber mit Cécile spreche ich auch Französisch. Wer ist Cécile? Die französische Praktikantin. Sie geht auch auf die Sprachschule. Sie ist im Kurs C1. Ich kenne eine Cécile. Sie ist 19 oder 20 Jahre alt. Schlank, nicht sehr groß. Und hübsch. Sie kommt aus Toulouse. Ja, genau. Die Welt ist wirklich klein. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und dir? Danke, gut. Und Ihnen? Sprichst du Deutsch? Sprechen sie Deutsch?